... mehr Zeit. Oh. Du hast eine Tendenz, zu zu viele Fragen zu fragen, Junge. Wollte, dass du eine Tendenz, zu silenzulch fragen würdest? Funkelnde Feder mitgenommen, die wir von Hermes haben. Aber das da ist nicht Hermes, ne? Frost. Ah, das ist, weil wir, ähm, äh, weil wir oben an der Spitze waren. Ach, cool. Neuer Held. Äh, neuer, neuer Gott auf jeden Fall. Dimitar. Ach ja. Aber ehrlich gesagt, ich fahre zu sehen, warum. Aber ich werde deinen Geist helfen, warum nicht? Denn ich kann viel Unterstützung geben. Und du wirst bald fasziniert werden, ich glaube. Frösteln, was Frösteln ist. Das Opfer bewegt sich, langsamer gestackt werden. Uh, Kraft, ja, Wurf, ja, auf jeden Fall. Genau das, was ich brauchte. Cool. Meine Feder ist stärker geworden. Sehe ich irgendwo, wie viele Stacks das Ding hat? Ach, da, ja. Ich glaube schon. Sehe ich irgendwo einen Timer, wie lange ich für die Feder noch brauche? Auch ein Darf? Da, wieder die Feder. Okay. Also die Feder ist immer, wenn ich schnell durchkomme. Was heißt denn schnell? Schwierig, ne? Das... Hast du hier irgendwo einen Timer, den ich nicht bemerkt habe bisher? Ah, ich weiß nicht. War wieder schnell. Okay. Läuft. Ähm... Ambrosia? Ambrosia kann ich zum Teil gegen Blut eintauschen, ne? Ja. Äh, das ist Nektar. Ambrosia ist was ganz anderes. Das kriegt man durch, äh... Durch die Arena. Ich will den Teile. Was? Ganz neue Gegner? Okay. Cool. Kann man festhalten, oder was? Wow, das wird der Feder ist ganz schön cool eigentlich. Bis 4% jetzt schon. Wenn ich mich gut schnell durchprügel, immer quasi. Gerade am Anfang irgendwie sind die Sachen ja auch nicht schwer. Das sind so 15 Räume, die wir uns schnell durchprügeln können wahrscheinlich. Vor allem, wenn wir immer Scharmützel auswählen und nicht den Shop und so. Stinktet next time. Mhm. Boah. Wieder schnell, ja. Mit schon mal 5%. So. Wow. Äh, das klingt gar nicht schlecht. Heilung, wenn Spezialität was tötet. Dein Angriff wird zu einer Dreierhebsequenz. Fügt jeweils Basisschaden zu. Hm. Ich hatte alles noch nicht. Sprungtritt, der zweimal Schaden macht. Ich glaube, ich nehme das. Theoretisch Heilung. Muss ich nur bapabam und dann das da. Äh, wir können auch einkaufen noch zwischen. Gut. Äh, das da will ich. Und das da auch? Ja. Mach mal. Oh, Heilung hätte ich gar nicht gebraucht, ne? Ich hätte das gar nicht kaufen sollen. War wieder schnell. Ähm. Angriff ist stärker. Wow. Jawohl. Äh. Oh, das wird super. Das... Ich glaube, das wird ein guter Run. Bis ich auch einmal auf die Schnauze kriege, dann glaube ich das nicht mehr. Wie hoch kann ich das decken? Ja, zehnmal. Ich dachte eigentlich, bis eine fünf oder so. Das zehnmal ist krass. Äh. Wie lange hält das? Wie lange hält das? Bis sie sterben? Autsch. Jetzt wurde ich einmal getroffen. Das zählt immer noch als schnell. Krass. Krass. Mhm. Ich fühle mich in den Kopf gerade jetzt. Und das kann nur sein, dass Chilli Demeter entschieden hat, dir ein bisschen Hilfe da. Oder vielleicht ist es nur kalt. Ich meine, das ist ein Muntaintop. Okay. Ähm. Spezialität hat Gifts. Brunnenbonusschaden. Das klingt sehr gut. Ich glaube, ich nehme das. Ähm. Ja. Mein Schaden wird dann einfach immer höher. Ist gut, dass ich das in der ersten Ebene gefunden habe, weil, ne? Nach jedem Bosskampf quasi ist das auf jeden Fall einmal garantiert. Also, lohnt sich das jetzt schon noch? Wird weg. Danke. Was haben wir hier? Hm. Das will ich. Ähm. Ja. 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 Das will ich. Gut. Und das will ich. Denn wir merken, wir wollen Räume abschließen, damit wir die Feder pumpen können, die uns schneller macht. Das da ist kein Raum, der als Chemnitzel gilt. Von daher. Ah, okay. Das auch nicht. Na gut. Na gut. Aber ein Brunnen. Brunnen, Brunnen, Brunnen. Wo ist hier? Da. Halt mich voll und... 4% mehr Damage. Geil. Oh yeah. Das ist kein Kampf. Ähm. Das ist schon einer. So viele Kampfräume wie möglich. Gegner. Da. Ja. Mh, will ich da rein? Oh, da ist er nicht. Ja. Immer noch. Wieder 1% mehr. Ähm. Will ich das? Ist das hier zur Auswahl? Da hin. Miura, da nehmen wir das. Warum? Ich wusste, dass du gekommen bist. Du warst nur in den Momenten vor dem Fakt. Ich habe eine Überraschung erlebt. Die Bewegungen durch die Unterwelt oder die Verkaufung der Dunkelheit schrägst dich. Die Gottesmix hat die Influenz vielleicht. Hm. Ich weiß nicht, wie ich das genau zu reagieren kann, Master Chaos. Aber Nix, ja. Sie hat mich in meine Zeit geholfen. Okay. Okay. Er will versteckt spielen. Interessant. Okay. Mehr Schaden durchfallen und dann ist Angriff stärker. Oh ja. Angriff stärker ist unser Gusto. Von daher nehmen wir das auf jeden Fall. Ich muss nur auf Hallen aufpassen. Danke. Was haben wir hier? Ach so. Ach so. Ja, okay. Ich will einen Schlüssel richtig. Will das aber auch. Hör mal das. Das hätte ich mir leben eigentlich. Nicht in die Fallen laufen. Nicht mal um die da rein zu locken. Danke. Denn ich kriege gerade mehr Schaden durchfallen. Wow, der Spezialangriff macht weniger Schaden als mein normaler Angriff. Auch interessant. Ich frage mich immer noch, was die Hände machen. Bis jetzt habe ich die noch nicht dazu gelassen. Äh. Mir weh zu tun oder so. War das nicht schnell diesmal? Wow. Das ist beim ersten Raum, der nicht schnell war, glaube ich. Neun, oder? Hm. Ich will Athena auf jeden Fall. Nehm mal das hier noch mit. Ja, ein bisschen. Und sich gerade gegenseitig verletzt. So habe ich das falsch gesehen. Ja. Hm. Gute Zeit. Very nice. Yeah. Das ist ein Kampfraum? Er schaut nicht. Let's go. Äh, das ist auch kein Kampfraum. Ach, Mann, ey. Besondere Ohren sind die auch nicht? Na gut. Gib mal her, dein Tünnel hier. Ich habe ja, vor allem, ich habe ja auch, äh, theoretisiert, welche Hilden, äh, welche Götter noch kommen könnten. Äh, und Demeter war nicht dabei. Also, hm. Na ja. Äh, wir nehmen jetzt einfach das. Ne, warte mal. Wir nehmen das, was Schicksalswahl. Das da nehmen wir. Das da. Jetzt. Damit wir das irgendwann auch durch haben. Wenn ich getroffen werde, kriege ich jetzt ein Schild. Bitte danach. Das ist okay. Please be Meg. Oh well. Na ja. Die andere. Die vorne. Das ist die, wo der Raum immer kleiner wird, ne? Ähm, wie geht es nicht? Kein Mörder. Kein Mörder. Kein Mörder. Mörder. Ja, okay. Folterer der Mörder. Was ist das? Was ist das? Was ist das? komm her kannst du mal herkommen bleibt auch langsam für immer quasi eine längere zeit halten möchte ich da hinten in der ecke mit der kämpfung geht es schon besser vielleicht ist weg interessant dass die der einfachste der frauen ist der der drei meuren ist sie dumm irgendwie also sie ist ein bisschen simpel gestrickt kann man hier durch den weg aus irgendwie nehmen natürlich verkaufen wir kräftig ein aber auch der wegkrieg einkaufen will ich also nicht hier will ich es ändern jeder ist ziemlich geil der schaden ein rüstung immer die hier machen dann kommen wir machen beides mehr schaden und dann geht es hier irgendwo sich bonus damit ich schon hab ich bestimmte sachen sehe ich das nicht wo ist das hier ich suche das wenn ich brunnen benutze das dann mein schaden erhöht wird muss doch nicht mehr drin stehen oder das habe ich doch genommen vorhin ja acht prozent schon danke da war ich jetzt bestimmt schon auch dreimal drüber dann immer kraftvoll anders angeguckt anscheinend brauchst du ja du bist mm-hmm upgrade gimme gimme hi ow ach verdammt immer darauf denken dass ich die töte mit der fähigkeit ja dann werde ich ein bisschen geheilt dass er selber steuern kann dann ich da auch machen ich habe es schnell geräumt echt ganz lange braucht eigentlich dachte ich ich brauche mehr gift schaden also ich brauche noch extra schaden irgendwie ich weiß nicht ob ich gift machen soll ich versuche mehr leben wäre auch nicht schlecht ich brauche eigentlich beides ganz klar und dann habe ich generell noch nicht so viel götter krams oh verdammt verdammt nochmal getroffen worden was ah hm ok spurt macht gift ja oder schicksalswahl ja hatte ich auch noch nie ok ja na gut jetzt kommt auf jeden Fall noch ein grund mehr das zu machen ok ist gar nicht so schlecht das deckt auch ganz schnell hoch gar nicht schlechter ist extra ein bisschen einhalten mehr erhält mehr erhält jetzt als bonus bestimmt genauso gut wie das von zeusenden also weil das ja auch nur so 20 schaden ist bei zeusenden das ist schon tot du weißt es noch nicht noch nicht ich will alles haben außer den hier also das war das ist athene oder afrodita nimm mal afrodita die haben wir lange nicht gesehen ganz ehrlich ich glaube die letzten zwei runs hat wie gar nicht ja mal gucken ja fordert nicht noch heraus ganz ehrlich alter alter ich will nicht sterben an sowas ich will nicht mal schaden kriegen von dem scheiß hier ah sowas billiges fuck weil ich kein ablenken habe vor dem kampf quasi meine güte habe ich leben verloren mann 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 ja nackte frau das habe ich mir schon gedacht getötete gegner machen andere gegner schwach kammerbelohnungen sind mehr wert also leben ist mehr wert ich glaube ich nehme das wegen schicksal das ist auch schicksal ruf ist aber du und das ist auch epische da ist die muse die haben wir auf jeden fall auch schon beschenkt aber nichts anderes muse und nur die muse auch selten meist hat man irgendwie die andere war was cool die könnte mir mein leben wieder auffüllen meine also extra leben das habe ich ja hm ich freue mich auch immer hier zu sein erzähl mal erzähl mal das hat er ja natürlich ja das ist doch eine muse und auch ich freue mich auch immer wieder musik spielen kann erkennst du nicht irgendwie zusammenhänge koinzidenz come on you're a god someone out there is sending you my way maybe it's just the face oh well i'm sure don't mind a little company and i have lots to eat hm hm ach nee ach nee ach nee bei ihm war das anders ok unterweltgaben so viel haben wir gar nicht das lohnt sich nicht die nächsten drei gaben die du findest haben eine höhere seltenheit zwei meiner gaben werden aufgestuft ob das sollte ich tatsächlich tun frost attacke heiliger schild nice okay heiliger schild ist was ähm die hier da da ach schaden okay aber das ist ja wohl sehr nice hm musst dich verlassen liebchen tut mir so leid magst du auch wenn du so singst hm na gut see ya see ya hm ein brunnen hm hm angriff ist schneller oh ja das ist gut äh verletzt wird es schon hatte ich das schon gemacht ne bewegungsgeschwindigkeit nehme ich ansonsten immer äh hm ach so leben zurückkriegen ich glaube ich nehme angriff schneller dann so viel auf power hier ja das natürlich noch besser wäre ne oh man super äh den brunnen sollte ich vielleicht mal nutzen haha ja nice ja vier prozent mehr damage und den shop gehen wir auch nochmal besuchen doch wenn wir gar kein geld haben ich versuche momentan alles was geld und shop ist zu vermeiden weil wir ja die fehler mit uns führen die uns ja mittlerweile elf prozent bewegungstempo und ausweich chancen und alles gibt also cool ist schon ein dicker vorteil wenn man darauf geht das hier nehme ich auf jeden fall power up der schild eine ebene hoch na gut bringt das mehr rache schaden ach cool cool kriegen wir bei der hydra jetzt ein kristall wenn wir die denn schaffen und wir haben vergessen mit chiron zu reden na gut hm ja sieht gut aus was ist das jetzt was kannst du was ist das blitze oder sowas oder irgendwas von oben auf jeden Fall blitze tatsächlich ich mich irgendwie mit zeus ob ich mir das verscherzt oder was warum kannst du blitze gehört auskommen sterben, danke hm, okay ich muss dich auch töten recht früh danke danke die eine hat mich noch abgestellt die ist schon tot war das nur drei ja, ne? mhm weiß nicht, also Blitz ist jetzt auch nicht die stärkste Attacke was ich hier fast mal behaupten also da fand ich diese komischen Geschosse fand ich da nerviger aber vielleicht hätte ich da einfach von hinten angreifen müssen das wäre super einfach gewesen, ich weiß nicht man, da hätte man irgendwie was leichter machen können ich lieg's auch nur grad an der sexy Waffe, die ich hier hab au nein, 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 bitte nicht, au au du auch? ja gönnt mir jetzt eigentlich hier, ne? hier und ohne, dass ich ein Leben von dir rauszup- oh komm mal alle anknustbaren hier lecker, eben ein bisschen lecker, lecker oh, nein, nein, nein oh, da fand ich da noch mal Leben, äh bitte na komm danke so, jetzt du no, shit ah, der hat mich tatsächlich einmal ein Blitz getroffen, ne? hm komm schon ah, ich bin noch ausgewichen, komm schon leicht ich muss mehr Leben verlieren, danke yeah na jetzt cool ausdauern sind toll yeah das ist beautiful haben wir jetzt zwei Diamanten? ne, einen ich hab irgendwann wieder eine ausgegeben für eine Angel, ne? wo angelt man eigentlich? hm ich hätte mir zwischendurch noch mal ja, keine Ahnung, wie ich angeln hm vielleicht ist das auch nur, ne muss das in den Flüssen sein, ne? vielleicht sind ja auch wo Stellen, wo ich dann angeln kann nach dem Kampf so dachte ich ja eigentlich, aber ich hab bis jetzt noch keine gesehen, also naja ich hab kein Geld was, wie viel Bewegungstempo? 20, wie immer die Feder ist ja auch neue Schermitze und dann macht die noch mehr Krams noch mehr Krams mhm 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 d mhm 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 danke immer noch in Zeit geräumt jetzt schon fast wieder vergessen, dass ich das ja auch noch machen muss, also schnell sein Können wir Hermes nehmen? Oder das linke? Hopp Hermes. Jetzt nochmal Bewegungstempo kriegen und das wäre jetzt ziemlich cool. Oder irgendwas halt. Irgendwas speedy mäßiges. Ja. Wow. Wie das nicht reicht. Ist zu langsam. Ähm... Oh, diese doofen Schmetterlinge. Ich hab grad für drei Schaden gebraucht. Naja. Das ist ja nicht so viel. Olympus, ich accepte diese Message. Uh, äh... Das nehm ich, glaub ich. Zwurf? Ne. Unbeugsam. Unbeugsam? Was ist das? Ah, das hatte ich schon eigentlich. Ah, ich will's trotzdem. Komm. Die anderen beiden wären, äh... Neue Sachen gewesen. Mhm. Mehrkämpfe zum Federpimpen. Einkaufen ist was für ein Loser. Naja. Wahrscheinlich stimmt's eigentlich nicht, aber... Wer ist nächstes? 50% von dem Schaden zurückzukommen ist ziemlich cool. Ich hab nicht genug gehabt. Oh. Ach, verdammt. Ja. Du hast mehr Leben hier. Das kann ja nicht. Jetzt nicht mehr. Na. Gib mir... Hm. Ich will das, glaub ich. Ja. Veränderung an der Waffe. Hm. Ach, ist niemand drin gewesen? Besser? Ja. Ach, verdammt. Ich muss einfach nur zuhauen hier. Mach ich hier. Statt hier so rumzueiern und die irgendwo reinlocken zu wollen. Ich mach so viel mehr Schaden, wenn ich einfach nur prügele. Und die, äh, quasi eingefroren lasse. Ne? Ja, genau. Und wenn ihr gerade gehauen werdet, dann könnt ihr euch gar nicht mehr zuhauen. Bewegen. Das ist ziemlich vorteil für mich. Ich muss auch daran denken, dass ich ja alle die Räume schnell clearn muss. Ich muss hier nicht einfach nur clearn. Ja. Geräumt wieder. Hm. Höhere Reichweite und mehr Schaden. Hm. Klingt gut. Spurtangriff durch Bord. Wow. Uh. Das ist auch gut. Ich glaub das ist allgemein gut und das würde ich immer wieder nehmen. Aber das hier ist es jetzt gerade... Ne, wir nehmen das. Wir gehen so sehr auf, hier, Nahkampfergriff. Wow. Dass ich da jetzt drauf gehen werde. Ich hab so viel mit, äh, bisschen Prozent mehr Damage und so. Äh, Heilprüfung. Machen wir. So. Das sollte gut sein. Ich hätte eh geheilt. Machen wir. Machen wir. Machen wir. Machen wir. Machen wir. Demeter? Ja, ne? Wir nehmen Demeter, glaub ich. Gut, hier wäre ja irgendwie Schwächen oder kurz übernehmen oder so. Ne, ne, ne. Wir nehmen Demeter. Wir kennen ja doch so wenig Fähigkeiten. Und die erste, die wir bekommen haben von ihr war direkt so Porno. Oh, ne. Oh, ne. Jetzt muss er dich auch noch töten. Nein. Nächster. Komm schon. Nächster. Fuck. Komm. Ach, verdammt. Da ist jetzt einer. Ein Bogenschütze zum Glück. Die Nahkämpfer werden schlimmer, glaub ich. Bogenschütze ist auch nicht schön, sagen wir so. Hopp. Jetzt haben wir's. Hopp. Hopp. Ah, meine Güte. So, haben wir. Uh, äh, kann ich ihr was schenken jetzt? Ja, kann ich. Ach, sehr schön. Na? Oh, ja. Hm. Was denn? Frostbeulenhorn. Okay. Ah, das war auch eben hinter ihr im Bild, ne? Wollen wir darauf achten jetzt? Ah, ne, kommt ja nicht. Okay. Wenn du keine hast, machst du mehr Schaden zu und leidest weniger. What? Hm. Denn Spezialität ist kraftvoller unverursacht Frösteln. Das klingt gar nicht schlecht. Bei jedem Wurf, ne. Wenn ich die Dinger ausspucke, dann mache ich mehr Schaden, ja? Okay. Ähm. Machen wir. Mehr Damage. Mehr, mehr, mehr Damage. Ja. Äh, Demeter. Mehr Demeter. Mehr Demeter. Gut. Gut. Lange ich den nicht aufsammle, mache ich einfach Punkt... äh, einfach nur mehr Schaden. Ist das nicht geil? Aber ich achte grad zu sehr darauf, äh, nicht die Dinger aufzusammeln. Anstatt hier ordentlich zu kämpfen, halt. Jetzt kommen die automatisch zurück. Ja, ja. Oh, geil. Gut. 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 Was ist das kalt? Was? Also sieht das kalt. Spezialität ist kraftvoll und versuchten Frösteln. Ja, geil. Uh, das ist interessant. Wenn alle Gegner an Frösteln leiden, sind sie langsam und verfallen. Verfallen? Oh. Das ist ziemlich geil, glaube ich. Aber das hier ist episch. Und ich brauche sowieso alle drei. Was war der Dingsgrad? Ähm. Die kann ich nicht erkennen. Ich habe irgendwie schon fast gedacht. Ja, muss ich jetzt hier lange, ne? Ich kann doch was verkaufen. Aber nicht für Leben, ne? Okay. Oder kann ich hier irgendwas verkaufen, was ich groß werden will? Rache Schaden? Ne, ist schon okay. Ne. Wurde ich erst behalten. Danke. Hm. Hm. Okay. Okay. Geheilt werde ich immer noch, oder? Ja. Wenn ich sie damit finische. Ja. Ich habe mich jetzt hochgeheilt bei dem Kampf. Sehr gut. Autsch. Ah, verdammt. Ich habe mich die Falle verletzt. Ah, all die schöne Hochheilerei weg. Aber ich bin jetzt schon wieder bei 40. Haha. Okay. Okay. Wo? Wo? Mich verarschen. Da. Es war ein langsamer Kampf, wollte ich gerade sagen. Aber es war es nicht richtig. Wo ist denn hier noch? Da ist ein Gegner. Da muss ich die einfach mal abschließen. Mal gucken. Jeder sagt. Nein. Okay. Tut 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 tut. Jeder sagt. 14%. Ne, das war vorhin auch schon so, ne? Wir wollen Ambrosia haben, nehme ich an. Ambrosia ist auf jeden Fall besser als ein bisschen. Als 12 von diesen Dunkelheit. Das ist Nektar, nicht Ambrosia. Ja, das muss ich mir merken. Ich dachte erst, das wäre ein Übersetzungsfehler halt. Deswegen habe ich das halt Ambrosia genannt. Aber Ambrosia ist halt was anderes. Wie krass ich mich heilen kann, dadurch, dass ich durch jeden dieser Kills halt zwei Leben wiederkriege. Ist auch nicht so viel, ne? Aber, naja. Deppert sich halt dadurch, dass so viele Gegner sind im Endeffekt. Oder dass ich die auch zweimal töten muss. Mehr? Da. Na, der ist tot. Oh, wie das Laune macht. Ey, der Hitstop ist so gut. Also, ne? Wenn ich treffe, dass dann der Bildschirm kurz gefreeßt wird. Wenn ich einen bestimmten Attack treffe. Das ist so geil. Ah, das fühlt sich einfach so gut an. Jetzt haben wir hier noch. Noch mehr Ohren. Wir waren wieder zu langsam, ne? Ja. Geh doch runter da, zu der Feder. Ja, wieder zu langsam. Äh, wir könnten einkaufen. Aber ich will nicht. Ich will, wann immer es möglich ist, einen Kampf haben. Ähm... Wird da einkaufen sollen. Hehe, na gut. Ach, wie immer. Ähm... Eizidität verbessern. Mehr Giftschaden. Hm, das ist egal. Äh, wir machen das. Das hier stärker. Gut. Hoffentlich schaffe ich die beiden. Ich habe viel Leben tatsächlich. Also, ich habe zwei Leben. Zweimal wiederkommen und ich habe... Ne? 95 Leben. Das sollte drin sein, eigentlich. Zeit für das Hauptevent. Well, Hellspawn, you stained my honor last we battled here. But as you plainly see, I have returned. As has Hysterious. And we've no shortage of honor left to spare. Okay. Shouldn't I be the champion of Elysium, now that I've beaten you? Hahaha. Isn't there someone else around to challenge me, say, Heracles? Ähm... Bitte nicht... Bitte nicht Hercules. Oh nein. Ah, ha, ha, ha. Very clever, Fiend. Invoking Heracles' Name in an attempt to drive me to a jealous rage. It shall not work. But you shall dearly pay nevertheless. Ich weiß gar nicht, wie die Story... Also, je nachdem, nach welcher die Story, die gehen... Müsste Hercules ja auch Gott sein. Also, eigentlich... Dem sollte ich ja nichts entgegensetzen können, theoretisch. Wobei, also das sind Menschen. Das sind tote Menschen, aber... Was ich kämpfe. Autsch. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Oh, lass das mal. Aber ich hab vergessen, dass ich meinen Splitter benutzen muss. Wenn ich weniger Schaden kriege. Oh, die jetzt. Warum? Nein, ausreichend. Boah, ich bin so dumm, ey. Oh, schon. Gut. Er wird da immun, ne? Er ist geblockt, im Ernst. Obwohl er sein Speer hochhält. Also, eigentlich... Na, meine Taurus? Das ist stärker jetzt, ne? Das ist doof. Ah! Ich geh weg. Man wirft ihm aber auch schon gut was rein. Wurde grad schon wieder getroffen durch irgendwas. Ich hab's nicht gekriegt. Ah! Mitgekriegt, wollte ich grad sagen. Ah, nein! Oh, verdammt. Was, der denn? Hm. Ah, Mann, ey. Aber der Minotaurus ist weg. Das wird's einfach her. Zumindest. Oh, gut. What? Genau. Ja, genau, ey. Wie soll ich denn? Hm. Ja, so ist gut. Mann, ey. Mann, ey. Oh, das ist kein guter Maltheasius. Wie soll ich denn da? Okay, wie soll ich das? Na, das ist das. Oh, das ist das. Ich kann mich bis das. Und das ist, was das ist. Und das ist ein guter Mithub. Vielen Dank.